Jonathan, was geht ab zu einem neuen Video? Vorab, dieses Video dient als Präventionsmaßnahme. Ich möchte in diesem Video nicht klein sprechen, dass Feuerwerk der Kategorie F4 nicht in Hände von Personen gehören, die nicht die nötige Befähigungsscheine oder die nötige Ausbildung besitzen. Feuerwerk der Kategorie F4 ist illegal in Händen von Menschen, die nicht 26 Großfeuerwerke mit aufgebaut haben und eine Prüfung abgelegt haben. Demnach dient dieses Video lediglich als Präventionsmaßnahme, um Verletzungen an Silvester zu vermeiden. Viel Spaß mit diesem Video. Vorab, dieses Video ist an zwei verschiedenen Zeiten gebunden. Einmal haben wir das nachts gedreht, einerseits jetzt. Kugelbomben beginnen immer gleichermaßen. Zum Anfang hast du eine Stupine. An diese ist entweder eine grüne Visco oder ein E-Zünder geknüpft oder vielleicht sogar gar nichts. Dann musst du eine grüne Visco hinzufügen, wenn du diese nicht mit einem E-Zünder versehen möchtest und diese mit einer E-Zündanlage aus weiterer Entfernung entzünden willst. Anliegend kommt sofort eine Stupine. Für viele ist die Stupine bekannt als lange Zündschnur, was aber schlichtweg nicht richtig ist. Und wer das noch annimmt, der wird das schmerzhaft erfahren müssen. Eine Stupine brennt schlagartig innerhalb von wenigen Sekunden auf viele hundert Meter ab und findet sofort den Weg an ein unten mit Schwarzpulver gefülltes Säckchen. Dieses Säckchen dient normalerweise dazu, wenn man die Kugelbombe richtig verwendet oder so verwendet, wenn man sie in die Luft befördern möchte, als Liftpulver. Dieses Liftpulver befördert dann mit der Entzündung der Stupine diese Kugelbombe in eilesschnelle von dem Boden in den Himmel. Wo es dann bei Entfaltung einen wunderbaren Farbring oder eine wunderbare Farbentfaltung erlebt. Zur Veranschaulichung. Das ist ein GFK-Mörser. Ausgerichtet auf Kugelbomben mit einem Umfang von 6 Inch oder genau genommen 150 Millimeter. Es gibt auch viele andere Variationen. Für jede Kugelbombe benötigt es einen eigenen GFK-Mörser. Wie zum Beispiel 2 Inch, das sind 50 Millimeter, braucht es ein etwas kleineres Mörserrohr. Die Kugelbombe wird im besten Fall perfekt in dieses Rohr hineingelassen. Mit etwas Vorsicht, denn bei einem Schlag kann es dazu kommen, dass das Liftingpulver sich unten, vielleicht auch beim Transport etwas verirrt und vielleicht auch Reibung entsteht und dieses Liftingpulver entzündet. Sollte das passieren, seid ihr erstens taub. Zweitens, wenn ihr ein Körperteil oder euren Kopf darüber habt, seid ihr entweder kopflos oder gleich tot. Unter Pyrotechnikern wird gesagt, ist eine Kugelbombe versenkt, dann ist sie versenkt. Also man holt eine Kugelbombe, nachdem man sie bis auf den Boden, der es hier unten, heruntergelassen hat, holt man sie nicht wieder hoch. Der in diesem Video gezeigte Knallkörper ist ein Dummy. Er ist nicht scharf und dient für mich als Veranschaulichung dazu, euch zu erklären, wie eine Kugelbombe funktioniert. Ihr seid nun abschussfertig und möchtet den eben beladenen Mörser richtig positionieren und die Kugelbombe innenliegend in den Himmel befördern. Hierbei ist es wichtig, dass ihr zwischen dem Mörserboden und dem Boden selber, sprich Erde, Beton oder Sand, keine Luft lasst. Kommt es dazu, dass ihr etwas Luft lasst und dieser Mörser ist vielleicht schon mal öfter verwendet worden oder hat vielleicht einen kleinen Knacks, könnte es dazu kommen, dass sich dieser Boden hier durch den Druckaufbau der Kugelbombe löst und nicht genug Druck aufgebaut werden kann und die Kugelbombe nicht in die herstellergewollte Höhe befördert. Es kann sein, dass die Kugelbombe einfach nur hier rausfloppt und euch direkt auf den Boden explodiert. Und so einen heißen Magnesiumstein möchte niemand im Gesicht haben. Es ist 0 Uhr, ihr seid voll im Rausch, ihr habt die erste Kugelbombe in diesen Mörser verladen und entzündet und sie hat in der richtigen Höhe die Farbentfaltung gefunden und viele Menschen um euch herum glücklich und einen schönen Schritt ins neue Jahr gewünscht. Nun seid ihr voll im Rausch und möchtet die nächste Kugelbombe nachladen, doch hier passieren genau jetzt die größten Fehler. Ihr müsst diesen Mörser unbedingt in die Luft nehmen und einmal drehen, denn hier drinnen kann sich noch etwas Glut von der eben abgefeuerten Kugelbombe befinden und ihr müsst diesen eventuell auch etwas mit Druck auf den Boden schlagend entfernen. Kommt es dazu, dass sie das nicht tut und ihr möchtet die nächste Kugelbombe vielleicht mit dem Blick darüber noch in den Boden befördern, dann findet die Glut sehr schnell Anbindung an dem jetzt neuen Kugelbombenlift. Sollte das passieren, dann wird eure unmittelbare Entfernung zum Mörser sehr, sehr schmerzhaft für euch. Entweder für Ohren, für Augen, denn wenn die Kugelbombe jetzt den Weg aus dem Mörser findet, ohne dass ihr mit der Zündschnur in Kontakt gekommen seid und den nötigen Sicherheitsabstand gefunden habt, dann seid ihr auf jeden Fall für den Rest des Abends oder vielleicht für längere Zeit komplett Knockout. Es bleibt dabei, Feuerwerkskörper der Kategorie F4, insbesondere Kugelbomben, bleibt Personen vor enthalten, die nicht mehr als 21 Jahre alt sind, nicht mehr als 26 Großfeuerwerke auf- und abgebaut haben und eine nötige Ausbildung abgeschlossen haben. Möchtest du dich mit dem Thema weiter auseinandersetzen und auch gerne zukünftig Feuerwerkskörper der Kategorie F4, insbesondere Kugelbomben, entzünden, dann informiere dich gerne jetzt hier unten in den Links, wo du dich demnach weiterbilden kannst oder melde dich bei zuständigen Pyrotechnikerschulen. Ich möchte, dass mein Hobby und meine Passion sicher bleibt, denn we light up the night sky. Und wenn du das auch möchtest, dann teile gerne dieses Video mit deinen Freunden und Bekannten, um ihnen weiter zu erzählen, wie man mit Kugelbomben an Silvester richtig umgeht. Das war's von mir, bleibt Pyromanisch, bis zum nächsten Mal, euer Pyronews und ciao. Das war's von mir, bleibt Pyromanisch, bis zum nächsten Mal.